Russland, Moskau, April 2019. In der Fußgängerzone, kurz vor dem Roten Platz, habe ich diesen ehemaligen russischen Soldaten eingetroffen. Er erzählte mir, er war in Deutschland stationiert, in Karl-Marx-Stadt, im heutigen Chemnitz. Mein Abenteuer. In diesem Video zeige ich euch den Weg mit dem Fahrrad von Moskau bis in die etwa 1000 Kilometer entfernte Millionenstadt Samara. Sie liegt direkt an der Volga. Inzwischen ist es schon fast zur Gewohnheit geworden, auf russischen Autobahnen oder Schnellstraßen mit dem Fahrrad zu fahren. Und es gab auch aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit. Man sagt, Samara ist eine moderne Stadt und das Zentrum der russischen Raumfahrt. Nachdem ich den ganzen Tag in der Kälte, auf der Autobahn oder vielleicht auch Schnellstraße gefahren bin, versuche ich ein Nachtquartier zu finden. An einem Dragstop oder Lkw-Radstätte halte ich an und frage nach einem Zimmer. Die meisten Lkw-Fahrer schlafen in ihrem Fahrzeug. Doch man hat ein kleines Zimmer für mich gefunden, in dem ich übernachten kann. Am nächsten Morgen habe ich Dima kennengelernt, einen russischen Lkw-Fahrer. Und als er hörte, dass mein Weg nach Samara geht, bot er mir an, mich ein Stück mitzunehmen. Und schon sitze ich auf dem Beifahrersitz, mache sie mir bequem und die Fahrt geht weiter. Der Lkw hatte einen USB-Anschluss und so konnte ich mein Handy und meine Kamera-Akkus aufladen. Sorry für diese verrauschte Musik. Das ist die Originalmusik, die gerade hier im Hintergrund in dem Lkw gelaufen ist. Die ganze Zeit unterhält sich Dima wohl mit anderen Lkw-Fahren. Ich verstehe kein Wort. Also schaue ich aus dem Fenster. Eine karke Landschaft bietet sich mir. Und vereinzelt einige Schneefelder, die aber immer mehr wurden. Ich bin froh, jetzt in einem Lkw zu sitzen und nicht raus in der Kälte mit dem Fahrrad fahren zu müssen. Die Straße hat keinen Randstreifen. Und es wäre lebensgefährlich, hier mit einem Fahrrad zwischen alten Lkw zu fahren. печalteren. Es geht doch rein hin und das sind da, was sie sich anfingiert. Ich geniesse die Fahrt im warmen LKW. Draußen ist eine eisige und karge Landschaft. Ich bin sehr froh, jetzt nicht hier mit dem Fahrrad fahren zu müssen. Bequem sitze ich im LKW, schaue durch die zersplitterte Windschutzscheibe. Am Straßenrand tauchen vereinzelt kleine Häuser oder Dörfer auf. Ein Friedhof zieht langsam an mir vorbei. Dima der Fahrer spricht nur Russisch. Und so beschränkt sich unsere Unterhaltung nur auf den Handytranslator, der von Deutsch auf Russisch übersetzt und zurück. Nach 5 Stunden LKW-Fahrt sehe ich zum ersten Mal auf meiner Seite die Volga. Was für ein riesiger Fluss. Zirka 400 Kilometer konnte ich so mit Dima fahren. Dann treten sich unsere Wege und ich sitze wieder auf meinem Fahrrad. Mein Ziel ist die russische Großstadt Samara, die ich noch heute dank Dima erreichen werde. Hier ging es leicht bergab und so wurde ich immer schneller. Es war schon gefährlich bei fast 50 Kilometern mit einer Hand zu fahren und mit der anderen Hand mit der Kamera diese Aufnahmen zu filmen. Aber nur so kann ich euch jetzt diese Aufnahmen zeigen. Und ein Risiko gab es bei Filmaufnahmen bei meiner gesamten Reise. Endlich bin ich an der Ausfahrt nach Samara angekommen. Mir ist es kalt, ich bin durchgefroren und ich hoffe bald das Stadtzentrum zu erreichen. Ein Schild sagte mir, es sind immer noch 11 Kilometer bis zum Zentrum. Es geht wieder leicht bergauf und schon fahre ich langsamer und die Fahrt ist wieder anstrengend. Ich weiß nicht wie lange ich gefahren bin. An mehreren Schildern Ausfahrt Samara bin ich jetzt vorbeigekommen. Aber von der Stadt ist immer noch nichts zu sehen. Endlich, ich bin in Samara angekommen. Und ich fahre langsam jetzt in Richtung Stadtzentrum. Ich bin auf der Suche nach einem Hotel oder einer Übernachtungsmöglichkeit. Und es ist nicht so einfach, wenn man die Sprache nicht versteht. Die Stadt dehnt sich auf über 50 Kilometer entlang der Volga aus und soll wohl über eine Million Einwohner haben. Ein Autofahrer fährt hopend an mir vorbei. Und ich meinte, er hat gerade meinen Namen gerufen. Ich bin aus Schildern Ausfahrung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie gibt mir ihre Handynummer und ihre Mailadresse und malt eine Rakete auf ein Stück Papier und gibt mir zu verstehen, ich solle sie jetzt begleiten Nach ca. 20 Minuten trauten ich meine Augen nicht Hier steht eine etwa 70 Meter hohe Soyuz-Rakete in der Stadt Ich machte noch einige Fotos hier Gemeinsam gingen wir noch etwas trinken und dann trennen sich unsere Wege Aber noch heute habe ich mit Galina Kontakt und wir schreiben uns regelmäßig Ich bin hungrig und auch ein wenig müde und so fahre ich langsam entlang der Wolga und halte an einem Kiosk an Ich möchte etwas essen, vielleicht auch etwas trinken Ich bekomme von Tatjana einen Becher mit Kaffee geschenkt Sie betreibt hier an der Wolga an der Promenade ein kleines Kiosk Sie sagte zu mir, du bleibst jetzt hier Und ich fahre für dich weiter nach China mit diesem Fahrrad Ja, es ist nicht so einfach mit diesem vollbeladenen schweren Fahrrad zu fahren Okay, let's go Go to Kitai Kitai ist das russische Wort Es bedeutet wohl China Immer wieder lerne ich bei meiner Reise Menschen kennen So wie hier Tatjana mit ihrem Kiosk Ich verbringe einige Zeit hier bei ihnen esse noch etwas doch dann geht meine Reise weiter Auf dem Rückweg zu meinem Hotel kam ich noch einmal an dieser riesigen ZUJUS Rakete vorbei Ich war so mit den Filmen beschäftigt, dass ich gar nicht bemerkte, dass plötzlich Anja an meinem Fahrrad stand Es stellte sich heraus, dass ihre Wohnung genau gegenüber von meinem Hotel lag Und so sind wir gemeinsam ein ganzes Stück gegangen Bis wir an einem Park vorbeigekommen sind Jemand spielte hier mit seiner Trompete Und wir haben uns ein großes Eis gekauft Ein Eisbecher mit zwei Löffeln Kennt ihr das Gefühl, wenn man jemanden trifft, mit dem man sich sofort auf Anhieb versteht? Ich glaube, bei Anja war es genau so Oh mein Gott! Du zuerst! Oh, okay! Der Sonne! Delicious! Mmh! Was für ein Tag! In Russland, in Samara Wenn ich heute darüber nachdenke Ich bin ein Fremder gewesen, ein Ausländer Ein Deutscher Und Anja kannte ich vielleicht seit 30 Minuten Das war ein Tag! Wenn ich heute hier überraschlais – es war ein Tag! Das war ein Tag! In Russland, in Russland Und an das ist sie ein Tag! Das war ein Tag! Im Hans-Kart Und hast sie mushrooms! Und unterrichtet Wie schnell doch die Zeit an diesem Nachmittag vergangen ist. Es war ein schöner Tag und ein schöner Nachmittag. Russische Freundschaft in Zabara. Ich bin jetzt in meinem Hotel angekommen. Das Renaissance Hotel ist ein Luxushotel im Herzen der Stadt. Und die Uhren in der Eingangshalle zeigen mir, wie weit ich schon mit dem Fahrrad von zu Hause entfernt bin. Zeitverschiebung. Frankfurt, Moskau und Samara. Die erste Nacht liegt hinter mir, in diesem fantastischen Hotel. Ich bin auf dem Weg zum Frühstücksraum und begegne Daria. Wie geht es dir? Gut. Du möchtest das Hotel? Ja. Das Renaissance Hotel ist ein russisches Luxushotel. Ich bin auf dem Weg zum Frühstück und gespannt, was bis jetzt alles so erwartet. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich werde mich vergessen, aber ich kann nicht vergessen. Ach, nacht, голубая nacht, wie viel auf dem Meer, nur in der Mitte Mai du mir schreitst. Ach, nacht, голубая nacht, was für ein Leben führe ich zur Zeit. Ich bin mit dem Fahrrad, mit einem Schlafsack, einem Zelt, einer Campingausrüstung losgefahren. Und jetzt lebe ich in einem Luxushotel in Russland. Mit Christina habe ich mich sehr gut verstanden. Wir haben viele Fotos gemacht. Und auch heute schreibt sie mir in WhatsApp. Wenn ich eine Chance habe eines Tages, werde ich dich in Deutschland besuchen kommen. Christina, du bist willkommen. Ich lerne einen russischen Bike erkennen und wir tauschen die Fahrräder. Hallo. Es ist cool. Es ist toll. Es ist sehr toll, Leute. Immer mit dem Fahrrad. Es ist sehr toll. Und solche Leute, wie Jürgen, die Fahrräder. Er war begeistert von meiner Tour. Und wir sind einige Kilometer zusammen gefahren. Dann hielt er an, zog seine Jacke aus und gab sie mir mit den Worten Du bist jetzt ein Russlandbiker und die Polizei wird dich mit dieser Jacke nicht mehr anhalten. Dann trennten sich unsere Wege und ich fuhr alleine weiter. Oft gab es keine richtige Straßen. Und ich musste mein Fahrrad schieben. Und dann ging es wieder ein Stückchen bergab. Und ich konnte weiterfahren. Und so schiebe ich immer wieder mein Fahrrad abwechselnd. Entlang der Volga. Bergauf und bergab. In der Hoffnung bald wieder eine Straße zu erreichen. Musik Jetzt verlasse ich die Stadt Samara und fahre weiter. Mein Ziel ist Ohrenburg, was ca. 420 km von Samara entfernt liegt. Was ich dort alles noch sehen und erleben werde, wie viele Menschen ich dort treffen und kennenlerne, werde ich euch in meinem nächsten Video zeigen. Russland Teil 3 Viel Spass beim Anschauen meiner Filme. Zum ersten Mal sehe ich in Ohrenburg eine russische Atomrakete. Ihr Name ist Satan. Und ich bin eingeladen bei einer russischen Familie. Doch das alles zeige ich euch in meinem nächsten Film. Mit dem Fahrrad durch Russland. Von Samara nach Ohrenburg. Und weiter nach Kasachstan. Es war eine fantastische Reise. Und ich habe dabei so viel gesehen, erlebt und gelernt. Alleine mit meinem Fahrrad von Deutschland bis nach China. Hier zeige ich euch meine Reise und auch mein Abenteuer. Ich habe ihre Reise. Vielen Dank.